Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute mal ein bisschen outside, aber immer noch auf der Insel, ja. Ich wollte euch halt natürlich wieder einen Themenüberblick geben. Wir haben hier jetzt 2.58 Uhr, deutsche Zeit 1.58 Uhr und ich habe für euch ein paar Themen auch am heiligen Samstag rausgesucht. Ich habe das iPhone in der Hand, deshalb wackelt es vielleicht. Aber ihr seht zumindest eine schöne Gegend, viel Natur und Action. Aber jetzt zu den Themen. Das erste Thema, ich musste es mir auf meinen Fusch-Tettel schreiben. Flughäfen mit den meisten Zielen in der Welt. Das ist ein deutscher Flughafen. Seid gespannt, welcher es ist. Ich war sehr überrascht, als ich es gelesen habe. Dann geht es weiter natürlich mit der KLM. KLM hat neue Flugzeuge gekauft und möchte diese überwiegend nachts einsetzen, weil sich die Leute dort beschweren. Wer beschwert sich Anwohner? Jetzt ist meine Frage, wer war zuerst da? Flughafen. Aber wir wissen ja, dass die Niederländer dort ein bisschen Stress haben und ein bisschen Panik machen in Bezug auf die Flugbewegung. Bleibt spannend, ist spannend. Dann haben wir als weiteres Thema Castle Pacific 777. Und die Maschine musste aufgrund eines geplatzten Reifens evakuiert werden am Gate. Interessante Entscheidung. Aber elf Verletze, damit seht ihr, dass eine Evakuierung nicht wirklich lustig ist. Dann haben wir einen Piloten bei Air Canada, der incapacitated war, also dem schlecht geworden ist. Und da ist Gott sei Dank ein anderer Piloten, der an Bord war, eingesprungen. Auch eine interessante Geschichte. Und last but not least, wir haben einen Dealzone-Deal mit verschiedensten Zielen in die Welt, in der First Class, in der Lufthansa sind ruhig selber gucken. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben, aber ich meine, es wäre ab 3000 Park kaputt. 3499 schlagte mich nicht. Aber Ziele waren zum Beispiel Bonus Airis, das war 3799. Aber auch Bangkok ist dabei für 3000... Ich meine, es wäre 3199 gewesen. Aber schaltet wie immer heute Abend 19 Uhr ein. Live deutscher Zeit für euch wieder mit Frequent Traveller TV. Ich bin mal gespannt, was ich euch an Natur zeige. Also viel Spaß und einschalten, abonnieren, liken. Ach, ihr wisst das Spiel. Also bis dann. Ciao.